hallo und herzlich willkommen liebe youtube freunde zu einer neuen runde team deathmatch mit dem spiel battlefield 4 natürlich auf der map morgendämmerung wie gesagt team deathmatch ist mal wieder am start und jetzt schauen wir einfach mal was wir hier reisen gut jetzt muss mal kurz warten bis der ladebalken hier vorbei ist das dauert irgendwie gefühlt eine halbe ewigkeit wieder soll ich singe lieber nicht als geht's los ok sturmsoldat wieso habe ich sturmsoldat ak12 sturmsoldat ak wo sind meine ganze waffen verfluchte scheiße beim pionier nur die beim pionier nur die mx4 alle waffen weg wurde jetzt mein account gelöscht oder was ist jetzt wieder los heiland zack versorger nix aufklärer ist auch nix warum kommt es auch nicht wenn er mein account löscht ist dann kriege ich kriege die kräfte jetzt guck mal einfach mal was man reisen und dann mache ich mache mache mal ein neustart oder irgend so was ich habe keine ahnung kotzt mich an auf jeden fall denne macht irgendwie nix aus ich weiß nicht ob es bei denne auch so aussieht aber irgendwie kotzt mich das jetzt schwer an mit der kackliche ak12 rumlaufen kommt jetzt da ist einer schon jawoll verwischt also punkt medikit den habe ich schon mal gehabt mensch ich habe sogar der große soli kacke ja super das habe ich auch schon eigentlich offiziell da hinten ist einer ah du bist so blöd ak12 was soll das für ein kack die habe ich doch in der hand nein nein ja wohl aber punkte gibt so wie es aussieht nein es zeigt auch keine es zeigt keine dinge an welche level die gegner sind oder besser gesagt das eigene level zeigt auch nicht an vor der falsche knopf scheiße weg weg da voll verdrückt hier irgendwas da kommt 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 voll voll veräumt er aber vor des oh mann jetzt wo bist jetzt da oben da oben ich sehe dich ich sehe dich ich bin so blöd nein der hat auch der hat auch bloß eine ak12 dabei haben die alle ak12 dabei oder was ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht wenn es ihr wisst was das jetzt für eine scheiße ist hier oder besser gesagt was ich was für ein spielmodus ich gerade der dauer ak12 wenn ihr wisst in was für ein spielmodus ich gerade bin keine ahnung schreibt es unten in die kommentare rein also das ist mir noch nie passiert so was kotzt mir richtig an ich ja jetzt schauen wir mal ob die runde überhaupt gezählt wird am ende quasi schauen wir mal also sprich bei der punkte verteilung ob das irgendwie gezählt wird oder ob es gar kein punktesystem gibt aber oh je fortes schauen wir mal aber irgendwie sind die gegner richtig poppelig einfach es kann ja nicht sein dass ich da die gegner so locker wegkriegen mit einer ak12 ganz komisch aber gut schauen wir mal gucken was geht das stellt sich dann alles im endeffekt raus in der punkte verteilung ob das gezählt wird oder nicht ich denke eher nicht aber gut keine ahnung schauen wir mal von schießt einer jawohl den hammer den hammer von der schon mal einer den immer auch jessi kent es läuft ja da noch einer da drinnen also ganz komisch ich verstehe es nicht schmerzt zum ersten mal passiert so eine kacke dass das irgendwie nicht angezeigt wird ich habe keine ahnung wie gesagt passiert im endeffekt und punkte verteilen was in wirklichkeit passiert ist oder was für ein kack modus das ist ich weiß es nicht nein scheiße nein wie gesagt ja guck auch ak 12 hat der dabei und es zeigt keinen rang an was der von rang ist kümlich sage ich dazu komisch 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 5 zu 4 ist ja scheiße eigentlich da vorne ist einer ums eck gewesen komm tage und wohl kommt ja kümlich noch oben auf der Kiste rum. Auf dem scheiß Container. Zum Kotzenne. Einfach bübsch. Der hat aber U-100. Ich glaube die zweite Waffe davon. Ich glaube die U-100 ist glaube die, oder? Ist das die Versorgerwaffe? Die Anfangswaffe? Ich weiß es nicht. Versorger habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Ich spiele immer Sturmsoldat oder Pionier. Da kommt einer ums Eck. Oder da oben. Komm Baby, komm Baby. Komm, lauf da hoch jetzt. Ah, nicht weglaufen. Menschenskinder. Au. Voll der Granate eben. Komm, habs da hoch. Wo scho jetzt? Hallo? Hallo? Keiner mehr da. Hallo? Hö, hö. Man sieht nicht so aus als ob und einer da ist. Da vorne gammelt einer. Komm. Jawohl. Hau. Scharfschütze. Nein. Jawohl. 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 Hau. Wo ist der? Gammelt der hinter mir rum. Hau. Gut, gut, Kollege. Gut. Guck schon kurz nachher. Später. Vielleicht. Da vorne ist einer. Ah, scheiße. Ist gestorben. Da und hin. Ah, fuck. Wo ist der jetzt? Gammelt der da jetzt noch? Ne, ist gestorben. Ich war ein Double Kill wahrscheinlich. Ja. Die haben sich gegenseitig getötet. Gut, Kollege. Ich bin auch fast am Arsch. Aufklärer mit seiner scheiß Waffe. Hau. Nein. Ich weiß halt, was das für ein Spielmodus ist. Ich kotze mich grad an irgendwie. Aber die Runde machen wir auf jeden Fall zu Ende. Und da wird man einfach mal sehen, was rauskommt im Endeffekt. Du Sau. Au. 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 Ah. Was war das? Der ist doch grad noch. Au. Nein. Ah, fottes. Heile Zack. Jetzt eigentlich, eigentlich wissen müssen wir es, dass der wieder hochkommt. Scheißdreck. Meine KT geht in den Keller. Gnadenlos. Da vorne, oben ist immer nur einer. Weg da, ich werde jetzt schießen. Ich sehe nichts davon. Gucken wir mal. Da vorn, da oben geht's zur Sache. So, random grenade. Voll für den Arsch. Jetzt gucken wir mal da oben. Da oben gammelt immer nur einer. Auf der Erbrüstung da oben. Wo ist er? Da, 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 da. So, fertig. Wo geht's weiter? Vorne. Muss immer gucken, wo der, wo der, der Spawnpunkt von der Typ ist. Normal immer gegenüber. Den meisten Fällen. Sag ich jetzt mal. Jawohl, Kollege. Voll gemessen. Ah, scheiße, scheiße. Da vorne, ums Eck. Jawohl, da haben wir. Kopft, Kopftreffer. Mit ner Pistole. Pistole im Aufregschalter. Au, seh mir gut. Die hab ich eigentlich schon lange. Mein Gott. Kotz mir das an. Ah, Hilfe-Kill. Besser gesagt, äh. Ja, Hilfe-Kill kann man sagen, ja. Aber nur 27 XP Points. Scheißdreck. Da vorne sind zwei, drei. Da kommt nochmal einer angesprungen. Den kriegt man auch. Komm, 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 komm. Nein. Einmal Zwetschge. Oh, ein Schalldämpfer. Au. Das hab ich alles schon. Nein, den kriegt man auch. Headshot. Voll ins Knie. Super. Hinter mir. Da oben. Hä? Das kriegen die Kollegen hin. Da vorne sind alle. Da vorne, oben. Mal gucken. Ah, die haben wir alle im Visier. Fotos. Nein, 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 nein. Es war klar, ich hätte weiterspringen müssen. Mein Gott. Eins zu eins. Okay, Sturmsoldat. Ja, da auch. Aua, AK-12 dabei. Ganz, ganz komisch, der Spielmodus. Ganz, ganz komisch. Da vorne sind... Ah, da vorne sind zwei, drei. Jetzt gleich rechts. Wuscher, 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 wuscher. Scheiße, schon wieder tot. Mensch, immer wenn die kommen, sind sie tot. Bin zu langsam. Zu langsam für diese Welt. Den werde ich kalt machen, da vorne. Den kriegt aber die Kollegen im Griff. Da brauche ich nicht helfen. Da ist gerade einer hoch. Hoch, hoch, hoch. Den... Mal gucken. Ah, Fotos. Jawoll. Super. Rachekel. Da vorne sind zwei. Okay, jetzt ist es gleich aus. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt, ob das gezählt wird. Die Musik ertönt und jetzt ist es gleich aus. Jetzt bin ich gespannt. Da vorne. Den kriegt man auch noch. Komm, komm, komm. Jawoll, den haben wir. Jetzt mal gucken. Jetzt holen wir noch ein paar. Die letzten paar Minuten hier. Ein paar Sekunden. Nein. Jawoll. Nur noch fünf. Nur noch fünf. Da. Ah, shit. Ist egal. Zwei habe ich jetzt weggeholt. Jetzt bin ich gespannt, ob das gezählt wird. Ob die Runde überhaupt XP gibt. Aber also... Aber warum, weshalb, wieso, habe ich keine Ahnung. Aber... Jetzt bin ich mal gespannt. Sechzehn zu neun ist schon, ist schon geil irgendwie, aber... Komisch. Der einer, der Obre hat glaube ich 30 gehabt. Mal 30 zu fünf hat der Obre gehabt. Die Runde wird nicht gezählt. Scheißdreck. Also wenn ihr wisst, was das jetzt für ein Spielmodus war, ob das irgendwie ein Fehler vom Spiel ist oder so. Wenn euch auch schon mal sowas passiert ist, einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Und ja, jetzt wird man sehr... Ich denke mal, die Runde war eigentlich relativ geil. Sechzehn zu neun. Und ich denke, dass ich die nachfolgende Runde auch noch mache. Schauen wir mal. Vielleicht kriegt man eine bessere KD hin. Schauen wir mal. Also gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.